Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist die Firma Haustechnik Vosswinkel. Wir kommen voller Stolz zu euch mit einem neuen Video. Und heute sind wir im Gespräch mit dem Geschäftsführer der BWT, mit dem Andreas Mielich. Ihr Lieben, wir sitzen zusammen und ich darf ihn recht herzlich begrüßen mit Andreas Mielich. Andreas, hallo. Hallo Martin, grüße dich. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir da sein dürfen. Du bist Geschäftsführer der BWT und bist, jetzt musst du mir kurz helfen, Geschäftsführer Deutschland. BWT hat auch ein deutsches Geschäft und ein weltweites Geschäft. Genau, wir sind ein internationaler Konzern, gegründet in Mondsee bei Salzburg in Österreich. Und hier ist es einfach so, dass Andreas Weisenbacher vor 33 Jahren die Idee hatte, hier die Wasseraufbereitung groß zu machen. Unser Motto ist Wasser, aber besser. Und ich bin hier als Geschäftsführer für die BWT Wassertechnik in Deutschland. Zuständig, ganz genau. Und das hast du mir im Vorgespräch verraten. BWT ist erst 33 Jahre alt. Ja, wir hatten jetzt gerade ein 33-jähriges Jubiläum. Und wir sind erst so jung. Ein junges dynamisches Unternehmen. Und es macht viel Spaß, hier die Wasseraufbereitung weiterzuentwickeln. Ja, und das zum Thema Dynamik eigentlich eine sehr gute Überleitung. Warum sitzen wir hier zusammen? Wir haben uns kennengelernt kurz oder telefonisch zumindest kurz vor der ISH, dann auf der ISH uns unterhalten, dann auch gemeinsam ein Video gedreht mit deinem Leiter der Akademie, mit dem Roland. Und kamen dann ins Gespräch. Und wir erfuhren so ein bisschen über die Strategien bei der BWT und über so gemeinsame Wege, die wir da möglicherweise zusammen gehen können. Willst du einen Einblick geben? Was haben wir zusammen vor? Sehr gerne, Martin. Ja, wir haben uns auch natürlich die YouTubes-Videos von dir angeschaut. Ja, wir selber sind gerade auf dem Weg, in den Social Medien viel mehr zu machen. Ja, und hier würden wir gerne gemeinsam mit den Erklärvideos, wie du sie in perfekter Art und Weise machst. Ja, so dass es auch der Endkunde versteht. Ja, das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Das wollen wir hier an dieser Stelle gemeinsam mit euch machen. Und für uns ist es einfach wichtig, mit einem ersten Video haben wir ja heute schon gestartet, mit der BWT Perla Modellreihe, unseren Enthertungsanlagen. Gerne weiter mit dem E1-Einnebelfilter, dem Filter, den wir einfach am Wassereingang im Haus, im Einfamilienhaus benötigen. Und natürlich auch, und da glaube ich, wollen wir jetzt auch nochmal wirklich intensiv uns austauschen, die Heizungsbefüllung. Die Aqua Thermove Power, einer unserer Werkzeuge, die man dafür braucht. Aber auch da das BEG, die Bundesförderung für Gebäude, wo wir ja jetzt mit unseren Produkten auch zu einer Förderung bis zu 40 Prozent mit reinkommen. Ja, das muss man hier an der Stelle auch mal sagen, wenn man jetzt heute den Wärmeerzeuger tauschen möchte in einem Gebäude, wo aktuell noch eine Sanierung stattfinden sollte und die Ölheizung mit drin ist, dann können unsere Produkte hier bis zu 40 Prozent gefördert werden. Wir haben im Vorgespräch gesagt, naja, verständlicherweise bei den Produkten wie einer Aqua Therm Heizungswasserstrecke, die eingebaut wird, ist das klar. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Genau, richtig. Was aber ganz anders ist, ist, dass auch die Enthärtungsanlage und der Filter genauso Bestandteil sind. Wir haben hier einen Folder mitgebracht, wo wir das mal ein wenig dargestellt haben. Auch das ist eben in der Art und Weise möglich. Richtig. Filmen wir gleich mal ab. Aber das war für mich tatsächlich auch neu, als du das sagtest. Ja, selbst die Produkte aus der Trinkwasserinstallation sind fähig, gefördert zu werden. Was ja, wie wir dann nachgedacht haben und mit dem Roland besprochen haben, auch absolut Sinn macht. All die, weil ja die Trinkwasserverordnung und die DVGW ohnehin vorschreibt, dass ab 14 Grad deutscher Härte am Trinkwasser etwas gemacht werden muss. Und insofern passt es in das Gesamtkonzept durchaus rein. Also, die Produkte von BWT sind förderfähig. Jetzt müssen wir zwei einschränkend sagen, heute, jetzt, gerade aktueller Stand, förderfähig. Denn wir drehen das hier zwei Tage nach dem ominösen Treffen in Berlin, in dem es ein paar Änderungen gab. Lass es uns so formulieren. Jetzt hast du gerade erzählt, und das finde ich total spannend, dass ihr, und da seid ihr auch, glaube ich, sehr gut aufgestellt, den Fachhandwerker durchaus erreicht. Es gibt die Trinkwasserprofis, ihr habt hervorragende Kapazitäten mit der Akademie, ihr könnt Handwerker schulen. Aber du sprachst davon, den Endkunden erreichen zu wollen. Und das finde ich total spannend, weil die Marke als solches, das Pink, das ist ja präsent. Also, ihr seid im Sport, ihr seid als Sponsor unterwegs. Also, das sieht man. Endkunden erreicht ihr so bislang noch nicht. Genau, das ist unser Ziel. Wir möchten die Endkunde mit einer Endkundenkampagne noch viel mehr erreichen. Das, was wir heute schon tun, du hast es erwähnt, wir sind Sponsor in der Formel 1, im Skispringen, in verschiedenen Sportarten, wo man immer mehr die pinke Welt sieht. Und das wollen wir jetzt natürlich auch übertragen, dass der Endkunde nachher weiß, welches Produkt wir auch hier entsprechend haben, dass er versteht, für was eine Enthärtungsanlage benötigt wird, für was ein Filter und wie eine Heizung richtig zu befüllen ist. Das ist der Weg. Und den Weg, den wir da gemeinsam gehen möchten, dass wir hier in einzelnen Videos das Ganze auf einfache Art und Weise darstellen möchten, ist der erste Schritt. Aber ich hatte es auch dir im Vorgespräch gesagt, wir haben jetzt auch ein House of Future in Mondsee an unserem Hauptstandort. Und hier möchten wir in der Zukunft natürlich auch eines, hier möchten wir Menschen begeistern auf eine ganz neue Art und Weise. Es ist eine Erlebniswelt, die wir da geschaffen haben. Und da möchten wir gemeinsam mehr machen. Und ich glaube, das habt ihr geschafft. Also ich durfte ja schon so ein bisschen Sneak Preview. Das ist noch nicht eröffnet. Nein, das ist aktuell noch nicht eröffnet. Genau. Und ich durfte schon so ein paar Bilder sehen und muss echt sagen, alter Verwalter, das wird gut. Und das darf ich auch schon sagen, wir sind eingeladen. Hurra. Das heißt, wir dürfen hin und dürfen uns mit euch gemeinsam das Ding angucken. Und ich muss sagen, also was ich jetzt auf so ein paar Fotos gesehen habe, mein lieber Schwan, das wird gut. Also da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Absolut. Also ich glaube, wirklich spannend, was da passiert. Es wird sicherlich einen Bereich geben, wo man alle unsere Produkte erleben kann. Ja, es wird eine Akademie geben, wo man die einzelnen Geräte dann wirklich mal selber schrauben kann. Ja, wo man sehen kann, was ist eine Expertwartung, wie zum Beispiel bei einer BWT Perla. Das ist für uns einfach das, was die Zukunft bringen wird, hier mehr ein Erlebnis draus zu machen. Ja, und du hast es gesagt, ich freue mich herzlich, wenn ihr mit uns im House of Future seid in der nächsten Zeit und wir dort mal mit einem Produkt das Ganze live streamen und hoffentlich viele begeisterte Endkunden dabei abholen können. Das probieren wir. Genau, das probieren wir auf jeden Fall. Und wenn der ein oder andere Endkunde danach auf die Idee kommt, das auch mal live sehen zu wollen, dann darf er das. Dann darf er das, absolut. Genau, weil es ist für jeden offen. Es ist für jeden offen, ja, und wir freuen uns über jeden, der nachher da vorbeikommt und sich das mal live vor Ort anschaut. Super, sehr cool. Da freue ich mich sehr. In diesem Sinne würde ich sagen, auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft in den Bereichen, die wir da erobern wollen sozusagen. Denn, und das muss man auch und offen natürlich ansprechen, klar, das ist eine Partnerschaft, die jetzt eingegangen wird, die ein Stück weit, wie soll man das sagen, gegenseitig die Interessen zusammenführt. Aber hier geht es nicht darum, dass ich jetzt Millionär werde aufgrund eines Deals, den ich mit BWT habe. So nach dem Motto, ich bin jetzt das Formel-1-Auto und da klebt jetzt BWT drauf. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben im gemeinsamen Gespräch erkannt, dass wir in die Gemeinden die gleiche Richtung wollen. Wir wollen Wissen verbreiten, wir wollen Expertise vermitteln auf nachvollziehbare Art und Weise. Und das passt in der Funktion dann eben ganz gut zueinander. Also wir sind da wirklich partnerschaftlich unterwegs und nicht gegen Millionengagen. Das ist mir nämlich wichtig, weil das will ich tatsächlich mit diesem YouTube-Kanal auch nicht. Genau. Danke, dass du hier bist. Herzlichen Dank, Martin. Danke, dass du hier warst, denn ihr fliegt jetzt wieder oder fahrt mit dem Auto wieder zurück. Und wir beenden das Video in dieser Woche an dieser Stelle. Das wollte ich sagen. Ihr dürft euch freuen und da bin ich mir sicher, ihr werdet das auch, auf das, was die Zukunft bringt. Die Bilder nochmal, die ich da von dem House of Future gesehen habe, sind beeindruckend. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, zu Gast sein zu dürfen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß. Abos, Likes, ihr wisst Bescheid. Das brauchen wir und haben wir sehr gerne auf unserem Kanal. Und, das möchte ich abschließend noch sagen, auch die Firma BWT hat eine entsprechende Social-Media-Präsenz. Wir haben in der Videobeschreibung entsprechend die Links zum LinkedIn-Kanal und auch zur Webseite verfügbar, sodass ihr euch dort auch einmal umschauen könnt. In diesem Sinne. Herzlichen Dank. Danke fürs Kommen. Alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.